Wenn dich etwas stört, warum unterdrückst du dann dieses Gefühl? Das Premium Health Project ist Elitepraxis, Akademie und Community. Wir stehen für Qualität und höchste Expertise im Gebiet des menschlichen Körpers und Geistes. Jeder meiner Therapeuten ist Spezialist im Bereich der smarten Bewegungstherapie, der smarten Yoga-Therapie oder der smarten Osteopathie nach dem Gehörer. Für eine effektive Behandlung ist eine ausführliche und minutiöse Analyse und Diagnose ausschlaggebend. Das verwirklichen wir in unserer Analyse, die jedem individuellen Behandlungsplan vorausgibt. Im Zentrum steht der Patient mit allem, was ihn ausmacht. Ausschlaggebend für unsere Behandlungserfolge ist das Gefühl meiner Therapeuten für den menschlichen Führung. Eine Gabe, die sich erlernt.